Die E1 nach Bredesen Hauptfahrtruhe über Bredesen bietet 8.11.25 Uhr, heute ca. 5 Minuten später. Information zu ICE 1555, Ankunft 11.034 fällt heute auf. Grund dafür ist eine technische Störung am Zug. Wir bitten um Entschuldigung. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Hier ist die Gute. Die Stadtmacht ist in der Nähe des Hauptbahnhofes, die man dreht, ist gut zu verpassen und die Kinder sind gut zu verpassen. Und die Kinder sind nicht gut zu verpassen. Die Kinder sind nicht gut zu verpassen, die Kinder sind nicht gut zu verpassen. Die Kinder sind nicht gut zu verpassen. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020